Was ist der DaVinci-Operationsroboter? Der DaVinci-Operationsroboter ist ein Operationssystem, das dem Chirurgen ermöglicht, über ein computergesteuertes System am Patienten zu operieren, ohne dass er direkt am Patienten steht, sondern dieses System über eine Steuerungskonsole lenkt. Was hat das für Vorteile? Es ermöglicht ein sehr präzises Operieren, eine sehr stabile Sicht des Operationsfeldes. Der Operateur wird zum vierhändigen Chirurgen, weil er vier Roboterarme gleichzeitig steuern kann. Das war mir bisher mit den Operationstechniken, die wir hatten, nicht möglich. ... ... ... Untertitelung des ZDF, 2020